Bring... Ossi, stell dich bitte weniger tot. Ossi, stell dich. Hey! 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 Ah, Paisy! Ach, egal. Oh, sie hat sie... Ich hab Muskeln! Fang! Irgendwer! Ich will das nicht tragen! Ich will das nicht tragen! Ich hab Muskeln! Fang! Irgendwer! Ich hab Muskeln! Ich will das nicht tragen! Lass uns was anderes machen! Ja! Simulierte Erschöpfung! Ja! Simulierte Erschöpfung! Toil! Okay, Ossi. Wir schaffen das! Hey! Okay! Du, was willst du nicht mit? Du! Nur so kannst du jetzt mal herabschwörtern! Tut mir um diese Kremlchen! Oh, mein Gott! Oh! Tja! Oh, was ist es ein Träger? Oooo! Oh! Wie ist es vor sich? Als würde er seinen Schwierheitsschlaf machen, aber das hilft auch nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geschafft! Geschafft! Yeah! Also diese. Vielen Dank, Ost. Wir lenken den Stift. Wie soll ich die schlagen? Wie soll ich die schlagen? Was hat da so lange gedauert? Ich hatte einen unglaublichen Traum. Ich habe mich so totgestellt. Expertenanerkennung ist einfach der beste Lohn. Wie herzergreifend, Ossi. Beweg dich nicht. Wir kommen jetzt drüber. Wie soll ich die schlagen? Wie soll ich die schlagen? Ich denke, das Schnarchen gehört dazu. Pass auf den Panzer auf! Oh, sie tut so, als würde er seinen Schönheitsschlaf machen, aber das hilft auch nicht. Schön. Erdhörnchen, Klink. Äh, ich denke, sie ist. Hey! Ich will nur diese Kappe runterschlagen. Ich will nur diese Kappe runterschlagen. Was hat dich gemacht? Toil! Du machst mich wahnsinnig. Du machst mich wahnsinnig. Du machst mich wahnsinnig. Hey! Toil! Hey! 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 Du hast einen Schmelzen! Ja! L-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-ehrich-sat-t! Du hast einen Schmuck-sat-t! Oh. So.